Hey Maud, Lois und ich haben heute unseren Ausgehabend. Kannst du mir ein paar Kondome geben und ein paar Aspirin? Die Kopfschmerzen meiner Frau sind so groß. Ich sagte, die Kopfschmerzen meiner Frau sind so groß. Dabei meinte ich eigentlich mein Schniedel. Gut, das macht dann 12 Dollar und 43 Cent. Das ist eine noch größere Abzocker als die Frühstücksmaschine, die ich gekauft habe. Au! Au! Wozu sollte denn dieser ganze Schwachsinn gut sein? Au! Das Teil schießt nur auf einen. Es macht überhaupt kein Frühstück. Au!